Die Bilokation, ein Charisma zum Trost der Seelen. Mein Name ist Paul Oldenburg und hier im Programm Pater Pio erfahren Sie alles über diesen fantastischen Heiligen und wie er ihr Leben heute verändern kann. Pater Pio hatte das Charisma der Bilokation. Das heißt, er konnte gleichzeitig im selben Moment in San Giovanni Rotondo und an irgendeinem anderen Ort der Welt sein. Wir werden sehen, gestern gab es einen Einwand. Jemand sagte auf dem Video oder als Kommentar zu dem Video, er weiß alles und er sieht alles, dass Gott nur alles sieht und alles weiß. Natürlich, es ist nur Gott, der alles weiß und alles sieht. Aber Gott lässt in diesem Fall, in diesem Fall Pater Pio zu, dass Pater Pio teilhat an diesem Wissen. Pater Pio, wenn Gott es zulässt, weiß alles und sieht alles. Insbesondere, wenn es um seine geistlichen Kinder geht. Vergessen Sie nicht, wenn Sie hier neu sind, abonnieren Sie den Kanal, liken Sie dieses Video, damit sich diese Geschichten verbreiten. Sie wissen, warum sie sich verbreiten müssen. Wir sind in einer desolaten Lage. Die Menschen haben keine Hoffnung mehr und Pater Pio kann ihnen Hoffnung geben. Das Gesicht von Pater Pio kann ihnen Hoffnung geben. Und die Geschichten von Pater Pio können Hoffnung geben. Und deswegen, bitte helfen Sie mir. Nun zur Geschichte. Das ist aus dem Buch von Pater Marcellino Iancenzanero, Der Padre. Da gibt es noch diese Bücher, die können Sie nachschauen auf Amazon oder auch bei Ihrem Buchhändler. Können Sie das finden, wenn Sie fragen. Drei Bände, Der Padre, wunderbare Geschichten, die einen inspirieren und die, glaube ich, für jeden Pater Pio-Schützling und für alle anderen in der Bibliothek stehen sollten. Diese drei Bände. Eine Aussage von Pater Agustino aus San Marco in Lamis, das ist sein geistlicher Führer gewesen in den 20er und 30er Jahren, sagt uns eindeutig, dass Pater Pio dieses Charisma, also der Bilokation, nutzte, um den Seelen Prost zu bringen. Es war in den Jahren der Aussperrung, 31 bis 33, da durfte Pater Pio sein Priesteramt nicht öffentlich ausüben. Er durfte keine Briefe schreiben, er durfte keine Beichte hören, er durfte nicht öffentlich Messe lesen. Das war eine Zeit der großen Prüfung für ihn. Und er fuhr von Zeit zu Zeit deswegen nach San Giovanni Rotondo. San Marco in Lamis ist das Dorf unterhalb von San Giovanni Rotondo oder die Stadt. In der es auch ein Kloster gibt, ein Kapuzinerkloster. Und er unterhält sich mit ihm, nimmt ihm die Beichte ab und tröstet ihn. Bei einem Besuch am 2. Januar 1932 erzählt er ihm von seiner Reise nach Florenz Anfang Dezember des vergangenen Jahres, anlässlich der religiösen Einkleidung von Giuseppina Villani, die am 8.12. Tag der unbefleckten Empfängnis der seligen Jungfrau den Ordensnamen Schwester Benjamina Crucifissa, also die Gekreuzigte, angenommen hat. Der Heilige ist von dem Bericht gerührt, denn Giuseppina war eine hochgeschätzte und geliebte geistige Tochter von ihm. Halten wir uns an die Worte von Pater Augustinum. Da mir in Florenz eine Ordensfrau gesagt hatte, ihr sei nach der Kommunion Pater Pio erschienen, um sie zu trösten und zu segnen, wollte ich mich bei ihm vergewissern. Ich fragte ihn, Er sah mich an und lächelte, ich fügte hinzu, meine Schwester hat mir das und jenes erzählt, stimmt es? Ja, Padre, antwortete er demütig. Der Bericht von Pater Augustin ist auch deshalb wichtig, weil aus ihm hervorgeht, dass nicht der Heilige, sondern Gott diese Reisen plant und das beantwortet die Frage, die gestellt wurde. Gott ließ das immer zu und Pater Pio hat sich dem gefügt. Das Gespräch der beiden geht weiter und Pater Augustinum fragt, Die Schwester sagte mir, sie habe dich noch gebeten, auch zu Schwester Benjamina zu gehen und du sollst gesagt haben, ich habe nicht die Erlaubnis. Stimmt das? Wieder antwortete Pater Pio, ja Padre. Und das zeigt die völlige Vereinigung, die freiwillige Vereinigung mit Gott, er ist dem Willen Gottes völlig untertan und Gott weiß am besten, wen Pater Pio besuchen muss, um zu helfen und bei wem das nicht der Fall ist. Und das weiß Gott besser in jedem Fall als jeder andere. Und eine weitere Geschichte von Villokation, Giuseppe Vitiello, am 3.1.1928 auf Ponza geboren, erzählt uns folgende Geschichte, die er im Sommer 1952 erlebte. Ich war Seemann und arbeitete auf einem Tankschiff. Eines Nachts geschah mir mitten auf dem Atlantik, fünf Tage nachdem wir die Balta hinter uns gelassen hatten, etwas Außergewöhnliches. Ich machte gerade eine unruhige Zeit durch. Jeden Abend vor dem Schlafengehen betete ich und machte meine Gewissensprüfung. Er war da schon sehr viel weiter vielleicht als manch einer von uns, aber er war zumindest einer, der wusste, dass das dazu gehört zum Christsein. Und jedes Mal sagte ich mir, ich habe nichts Schlechtes getan und dennoch finde ich keine Ruhe. Ich finde auch kein Mädchen, mit der ich eine gute Ehe planen könnte. Ich schlief ein, erwachte aber, als ich spürte, dass jemand in meiner Kabine war. Ich sah deutlich einen bärtigen Mann vor mir, der von einem Lichthof umgeben war und mir sagte, komm mich besuchen. Ich schlief beruhigt wieder ein. Am nächsten Tag dachte ich über diese Vision nach und kam zu dem Schluss, der heilige Silverius, Papst und Märtyrer und Schutzpatron von Ponsa, habe mich besucht, um mir seinen Schutz und Trost zu bringen. Ich besuchte sein Grab immer, wenn ich in meiner Heimatstadt war und betete oft dort. Er sind jetzt ein Mensch auf der Suche und er braucht Hilfe. Am Ende meiner Reise kehrte ich dort nach Cagliari, wo meine Familie schon lange lebte, zurück. Dort hörte ich zum ersten Mal von Pater Pio. Herr Crespelari, Leiter der örtlichen Gebetsgruppe, erzählte mir von der Spiritualität dieses Kapuzinerpaters. Und wir sehen, es wird wieder von Pater Pio erzählt. Deswegen ist es so wichtig, dass Sie diese Videos teilen, damit die Menschen von ihm hören. Und nehmen Sie sich jetzt vor, dieses Video oder irgendeins, was Sie aus dem Kanal aussuchen, teilen. Sie wissen, dass Sie dann eingeschrieben sind in die Messe am kommenden Freitag. Wir lassen jede Woche Messen lesen für die Pater Pio Schützlinge, für die Gruppe, die diesem Apostolat noch etwas mehr helfen. Wenn Sie mehr wissen wollen, dazu schauen Sie in den Link unterhalb des Videos. Aber alle, die sich neu abonnieren, sind eingeschrieben in die Messe am nächsten Freitag. Und die, die schon abonniert sind und ein Video teilen, sind auch wiederum eingeschrieben in die Messe, in eine weitere Messe am kommenden Freitag. Und nicht nur diejenigen, die teilen, sondern auch die, mit denen Sie teilen, sind eingeschrieben. Also die, die das sehen, weil sie geteilt haben, sind eingeschrieben in die Messe. Und deswegen lassen Sie diese großen Früchte für sich selber und auch für die anderen, die ja nichts anderes sind als ein Akt der Nächstenliebe, lassen Sie die nicht verstreichen. Ich erinnere mich besonders an diesen Satz, sagt dieser Herr weiter. Pater Pio ist ein Mönch, der es versteht, die Beichte zu hören. Ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt. Bitten Sie Pater Pio vor der Beichte, wenn Sie zur Beichte gehen, dass er Ihnen hilft, eine gute Beichte abzulegen. Ich begann mit dem Gedanken zu spielen, nach San Giovanni Rotondo zu fahren, um mit Pater Pio über meine Sorgen zu sprechen. Die Gelegenheit bekam ich, als meine Cousine in Mercoliano bei Avellino heiratete. Am nächsten Tag war ich in San Giovanni Rotondo. Ich meldete mich zur Beichte an und hatte nach acht Tagen das Glück, den Heiligen zu treffen. Er half mir bei der Gewissensprüfung. Unter anderem fragte er, hast du gestohlen? Ich verneinte, aber er warf ein. Und im Krieg, als die Alliierten landeten, hast du da nicht gestohlen? Ich antwortete, Padre, es war eine Notwendigkeit. Er sagte streng, die Sachen gehörten dir nicht. Dann fügte er hinzu, du gehst nicht zur Messe. Wenn du an Land gehst, besuchst du wohl deine Familie, aber zur Messe gehst du nicht. Er befreite mich von allen Flecken, die ich auf dem Gewissen hatte. Zur Buße gab er mir die Aufgabe, 15 Tage lang jeden Tag 15 Pater Ave Gloria zu beten. Ich fand etwas von meinem Frieden wieder. Ich fuhr 1954 noch einmal nach San Giovanni Rotondo zur Beichte. Mir war inzwischen der Zweifel gekommen, ob jene rätselhafte Gestalt, die mir erschienen war, nicht vielleicht Pater Pio gewesen sein könnte. Aber ich traute mich nicht, ihn danach zu fragen. Erst bei unserem dritten Treffen erzählte ich von meiner Vision auf dem Atlantik und fragte ihn, macht ihr das? Ja, ich war's, antwortete er. Und er fügte hinzu, ich habe dich gerufen, um dir den rechten Weg für dein Leben zu zeigen. Jene Atmosphäre voller Spiritualität, die man in San Giovanni Rotondo atmete, begann mich immer mehr in ihren Band zu schlagen. Ich fasse den Entschluss, dem dritten Franziskanischen Orden beizutreten. Am 4. Oktober 1959 legte Pater Giovanni Grisostomo Zarella mir in der kleinen Kapelle des Klosters das Scapulier über. Übrigens das Scapulier können Sie sich auflegen lassen von einem Priester. Besorgen Sie sich das braune Scapulier, das ist genau das. Und mit dem Scapulier sind große Verheißungen verbunden, die eigentlich sich keiner entgehen lassen sollte. Also schauen Sie nach, das braune Scapulier, das können Sie kaufen in den verschiedenen Möglichkeiten, in verschiedenen Online-Läden oder auch in einem vernünftig sortierten Kirchenladen. Und es wird aufgelegt von einem Priester mit einem Gebet. Und danach tragen Sie es Ihr Leben lang. Und schauen Sie nach, was für großartige Verheißungen damit verbunden sind. In der Zwischenzeit hatte ich in San Giovanni Rotondo ein Mädchen kennengelernt. Eines Tages sagte Pater Pio zu mir, heirate, ich werde euch trauen. Und so kam es auch. Pater Pio gibt Orientierung in jeder Hinsicht. Und das ist die Hoffnung, die wir verbreiten müssen. Denn das ist die Kirche. Die Kirche ist dafür da, uns zu führen auf dem Weg zum Heil. Leider erkennen wir das heute nicht mehr. Viele Bischöfe, viele Priester haben es vergessen, dass das wirklich die Kirche ist. Und die Aufgabe der Kirche ist, sich nämlich einzig und allein um die Seelen zu kümmern. Und nicht um politische Fragen und um alle möglichen Dinge. Und schon gar nicht um das Klima, sondern darum. Und Pater Pio ist das Beispiel eines Priesters, wie Johannes Paul II. sagte bei der Heiligsprechung. Priester, schaut euch diesen Mann an. Er ist das Vorbild für euch. Und wenn der Papst das sagt zu seinen Priestern, dann sagt er das auch zu uns, den Gläubigen, die wir uns ein Beispiel an Pater Pio nehmen können. Und wir können uns an seine Kutte werfen und an ihm festhalten und ihm bitten, führe uns. Wie er das zigtausend, hunderttausend, millionenfach gemacht hat. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Amen. Amen.